Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Video, das Zuschauerfragen beantwortet. Heute möchte ich es ein bisschen pauschalisieren und nicht die einzelnen Antworten vorlesen, weil ich etliche Anfragen bekomme, was denn zu tun ist oder was man tun kann, wenn man angegriffen wird, wenn man in Schwierigkeiten kommt und zum Beispiel bei sich bleiben sollte oder wollte und das nicht so gelingt, weil die Umgebung etwas tut, was für einen schwierig ist. Wie man sich klar ausdrücken kann oder was man tun kann, wenn jemand zum Beispiel sagt, also diese Videos schauen, ehrlich, geht es noch so viele Stunden am Tag, diese Videos schauen, was nützt denn dir das? Solche Partnerschaftsfragen habe ich und da geht es immer um dasselbe. Es geht darum, wie sehr kannst du bei dir bleiben und dich befragen, wie sehr kannst du zum Beispiel dir deine Ratlosigkeit oder wenn es ein bisschen schwieriger wird, deine Ohnmacht eingestehen? Wie kannst du dabei bleiben mit dem, was ist? Manchmal ist es total unangenehm. Ihr könnt euch erinnern an das Gespräch mit Berthold Ulsamer oder mit Lief Larsen. Diese ganz ersten Gespräche, könnt ihr euch erinnern. Da ist es ja um dieses Gefühl gegangen von, was muss ich jetzt machen? Und es ist einfach nützlich, wenn du nicht im Außen suchst, um deine Befindlichkeit zu beschreiben. Das ist ja das Allererste. Das machen wir einfach so. Das ist das Allererste, was wir machen. Wir sagen, du bist, du hast, du tust. Und ich komme wieder mit dem, wie kann ich zu mir zurückkommen und wie kann ich mit dieser Ohnmacht umgehen? Weil hinter der Ohnmacht hat es ja immer ein Bedürfnis. Hinter jeder Wut, hinter jeder Ohnmacht, hinter jedem Gefühl, das für dich unangenehm ist, hat es ein unerfülltes Bedürfnis. Und da ist die Frage, wie kannst du damit umgehen, dass dein Bedürfnis jetzt nicht erfüllt ist? Dass du wirklich gerne etwas anderes hättest und das kann auf einer Skala von 0 bis 10, 0,5 sein oder 10. Und natürlich ist es, wenn es 10 ist, umso schlimmer. Das ist klar. Also wenn es 10 ist, dann ist es dringend. Und dann ist es auch wichtig, dass du etwas tust. Das Erste, was nützlich ist, ist, dass du merkst, dass es nicht um dein Gegenüber geht. Sondern, dass du merkst, dass es um deine Ohnmacht geht. Und ich habe ja jetzt schon ein paar Mal um dieses herum erläutert, dieses zu sich zurückkommen. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Aspekt dazunehmen. Nämlich, wenn du in dieser Ohnmacht bist und vielleicht häufig in dieser Ohnmacht bist, dann hast du immer einen anderen Teil in dir, der sich über die andere Person stellt. Das ist wie ein Pater Noster. Kennt ihr den Pater Noster? Das ist ein Lift, ein Aufzug, der an zwei immer laufenden, drehenden, ich weiß gar nicht, was es ist genau, also das dreht auf zwei Seiten, unten und oben. Und es läuft immer ein Band, an dem es so wie Kabinen hat, die offen sind. Das läuft dauernd und da kann man einsteigen und aussteigen, so wie es nötig ist oder wie man will. Das hat man entwickelt für die Bergbauleute, dass die in den Stollen fahren konnten. Und dass das einfach war, hat man das einfach laufen lassen und die konnten ein- und aussteigen. Und das heisst Pater Noster tatsächlich, weil diese Kabinen, so wie bei einem Rosenkranz, diese Krallen einfach da dran gehängt sind. Pater Noster. Und da gibt es diese untere Seite des Pater Nosters, also wenn man unten ist, sich ohnmächtig fühlt, sich sprachlos fühlt, sich wütend und ohnmächtig fühlt. Das kann auch ganz aktiv sein, das macht nichts. Jede Wut ist auch eine Ohnmacht. Und jede Wut hat auch dieses Sich-Sagen, weshalb bin ich hier eigentlich gelandet. Und unter jeder Wut hat es ein unerfülltes Bedürfnis. Egal, ob die Wut groß oder klein ist, es hat ein unerfülltes Bedürfnis darunter. Und dann, wenn du häufig in dieser Situation bist und denkst, du bist diejenige, die abgewertet wird oder derjenige, der verachtet wird oder mit dem man nichts zu tun haben will, dann ist das nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist auch die andere Seite des Pater Nosters. Sieh mal, hier ist der untere Teil. Und oben hat es dieses Ich stelle mich über dich. Also die Gleichwertigkeit ist nicht eingehalten. Die Gleichwertigkeit zwischen zwei Menschen, diese Augenhöhe, ist nicht eingehalten. Wenn ich nämlich will von dir, dass du mir jetzt irgendetwas endlich erfüllst und das schon seit 50 Jahren oder 20 oder 10 oder auch erst seit zwei Monaten, dann will ich von dir etwas und du bist mein Objekt, so wie das der Gerald Hütter erzählt in seinem Video. Du bist mein Objekt und du sollst mir jetzt etwas erfüllen. Und wenn du das nicht tust, achte dich mal, dann beginnst du abzuwerten, auch wenn das nur ganz ein bisschen ist. Du beginnst abzuwerten, du sagst dir oder dieser Person, dass sie das nicht kann, dass sie endlich etwas lernen soll. Kennst du das, dass du deinem Gegenüber sagst, was es endlich zu tun hat, was es endlich zu lernen hat, damit es für dich richtig ist? Immer wenn du dort in die Du-Botschaft gehst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du abwertest, dass du die andere Person verurteilst, dass du einen Vorwurf machst, dass du nicht mehr gleichwertig bist, dass du in dir selbst drin nicht mehr gleichwertig bist. Und dann ist die Frage, wie kannst du diese Gleichwertigkeit wieder einrichten bei dir? Es ist immer dasselbe. Indem du nach deinem Bedürfnis fragst und indem dir klar ist, dass du jetzt in Schwierigkeiten bist und nicht dein Gegenüber. Das ist eine Fehlinterpretation, wenn du annimmst, das ist ja eine Annahme, wenn du annimmst, dass dein Gegenüber in einer schwierigen Situation ist. Nein, du bist in einer schwierigen Situation. Du möchtest gerne etwas von deinem Gegenüber. Und dann geht es darum, nimm das Geschenk zur Hand, nimm dieses E-Book zur Hand. Da hat es hinten drin, hat es eine Gefühls- und Bedürfnisliste und es hat auch dieses Y, das ich in einem Extra-Video noch erklären werde. Es hat auch dieses Y, da kannst du durchgehen und schauen, wo bin ich jetzt mit mir. Also dann bist du da und weißt, okay, das ist nicht das Gegenüber. Das Gegenüber ist nicht für dein Glück verantwortlich und auch nicht dazu da, deine Bedürfnisse zu stillen, die du vielleicht schon ganz lange hast, sondern dein Gegenüber ist dazu da, mit dir in Verbindung zu sein. Und dann kann man weiterschauen. Das heißt, wie kommst du mit deinem Gegenüber in Verbindung, wenn du von deinem Gegenüber etwas möchtest? Du kannst dich zurückziehen, aber Rückzug ist einer der vier großen Eskalatoren. Du kannst dich zurückziehen, ja, aber was passiert denn in dir drin? Du bist ja dann in dir drin eskaliert und aufgeregt und es nervt dich. Das ist kein Weg. Also man kann das machen, natürlich. Man kann sagen, nein, jetzt nicht schon wieder. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn du wirklich in Kontakt gehen willst, dass ganz häufig etwas anderes passiert. Wenn du nämlich von dir sprichst und davon sprichst, wie wichtig es dir wäre, zum Beispiel, wenn dein Gegenüber jetzt findet, dass du zu viel Zeit mit einem solchen Mist hier verbringst, wie einem Kommunikationskongress. Was nützt denn das? Wir haben es ja gut miteinander, zum Beispiel. Dann ist es gut, wenn du nicht sagst, mir ist es wichtig, dass du das auch lernst. Hättest du Lust, wenn dir das jemand sagt, dann etwas zu lernen? Nein, hättest du nicht. Du würdest sagen, ja, komm, hör auf. Das hast du mir jetzt schon hundertmal gesagt, das will ich nicht mehr hören. Was aber nützlich ist, ist, wenn du ganz genau herausfindest bei dir, weshalb dir das wichtig wäre, was da dahinter steckt bei dir. Zum Beispiel, dass Gespräche anders geführt werden. Zum Beispiel, dass du gerne wissen möchtest, wo dein Gegenüber steht, mit dir, mit eurer Beziehung, mit etwas, was ihr unternommen habt, mit etwas, was ihr gemeinsam tut. Sei genau. Frage weiter, bis du wirklich ganz klar bist, was dein Bedürfnis ist. Das ist eine, manchmal ein längerer Prozess, bis du wirklich rausgefunden hast, was hier läuft. Gib dich nicht so schnell zufrieden. Geh weiter mit dir. Und dann, dann kannst du das ausdrücken, wie es dir geht damit. Wertfreie Beobachtung. Ich höre, du findest das blöd, wenn ich diese Videos schaue. Mein Gefühl ist, zweiter Schritt, gewaltfreie Kommunikation, mein Gefühl ist, ich bin irritiert, ich bin traurig. So, zum Beispiel, ich bin genervt, ich bin frustriert. Nimm die Gefühlsliste. Mein Bedürfnis ist, und dann kommt dein Bedürfnis, bleib kurz und sprich von Herzen. Sag es einmal, und dann fragst du, wie kommt das bei dir an, die Bitte? Wie kommt das bei dir an? Wie geht es dir damit? Wie ist das für dich? So. Und dann, ist es gut, wenn du ausatmest, und wartest, bis die Antwort kommt. Gib eine Pause. Vielleicht muss ich das Gegenüber überlegen, was es jetzt findet. Oder wie das hier läuft, im Innern deines Gegenübers. Vielleicht weiß dein Gegenüber gerade nicht, was es sagen soll. Und wenn es sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann bitte, geh nicht in deine alten Muster und sag, ja, das war ja schon immer so. Da gehen wir nicht hin. Dann kannst du sagen, aha. Okay. Aha. Ja, ich nehme das tatsächlich zur Kenntnis und ich bin auch noch interessiert. Aha. und dann kannst du sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen ratlos. bist du bereit, bist du bereit, dir zu überlegen, wie das ist für dich, wenn ich gerne hätte, dass du da mithörst oder dass das für dich nicht so komisch ist, dass ich das hier mache. wärst du bereit, dir das zu überlegen? Bitte? Oder? Und wenn die Person sagt, nein, dann bleibst du dran. Oder normalerweise hören wir da auf. Aber du bleibst dran und sagst, klarer Ausdruck, jetzt kommt klarer Ausdruck. Ich höre, du willst dir das auch nicht überlegen. Wertfreie Beobachtung. Gefühl. Ich bin total frustriert und ich stehe an. Ich stehe an jetzt. Ich hätte hier gerne Bedürfnisse, ich hätte hier gerne ein Gespräch und ich kann nicht sehen, dass du ein Bedürfnis hast, mit mir hier ins Gespräch zu kommen. Gefühl. Das ist total schwierig für mich. Bedürfnis, weil ich hätte gern etwas anderes zwischen uns. Das bringt mich in Schwierigkeiten, wieder Gefühl. Das bringt mich in Schwierigkeiten, wenn wir da keine Verbindung mehr haben. Kannst du mir sagen, ob du bereit bist, das zur Kenntnis zu nehmen, dass das für mich schwierig ist. Oder wir machen kleine Schrötchen. Siehst du es? Wir machen kleine Schrötchen. und kann sich nicht mehr einfach zurückziehen. grummel, 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 ja jetzt, Beschwichtigung, ja jetzt, mach es mal nicht so kompliziert. Ein nächster versucht, sich da rauszuziehen. Und dann kannst du sagen, ich kann das nicht akzeptieren. Wenn du sagst, mach es nicht so kompliziert, wenn ich ein Bedürfnis äußere, dann wird es für mich ganz schwierig, gefühlt. und ich kann das nicht akzeptieren und ich hätte gern, dass wir hier drüber mal eine Zeit nehmen, ein Zeitfenster nehmen und hier drüber sprechen. Bist du hier dazu bereit? Bedürfnis bitte. Und wenn das Gegenüber dann sagt, nein, was ganz selten vorkommt, wenn dein Gegenüber dann sagt, nein, dann musst du dir etwas überlegen. Dann musst du dich nämlich fragen, weshalb bin ich in dieser Beziehung? Was ist mein Gewinn? Es hat immer einen Gewinn. Was ist mein Gewinn, dass ich immer noch hier bin? Was sind meine Idealbilder, die ich nicht loslassen will? Was ist es, dass ich nicht wirklich hinschauen will, was hier ist? Und dann geht es wieder um dich. Natürlich. Mal so viel. Und natürlich wünsche ich dir Mut. Es braucht Mut hier. Das macht man nicht so einfach, wenn das Muster ein anderes ist. Lies die Dokumentation. Schau, wenn du Fragen hast zur Dokumentation, stell sie. Ich beantworte die gerne. Und schau, wie du da einen nächsten Schritt für dich machen kannst. Für dich. Nicht, dass der andere sich ändert, sondern, wenn du einen Schritt für dich tust, dann muss in der Dynamik zwischen euch automatisch etwas anderes laufen. Sei das, dass sich dein Gegenüber bewegt, sei das, dass du dich bewegst. Und da bist du nicht abhängig von deinem Gegenüber. Da bist du auf dich gestellt. Und da hast du die Wahl. Du hast immer die Wahl. Sogar in ganz schwierigen Momenten. Du hast die Wahl. Die Wahl haben ist ein innerer Prozess. Ich wünsche dir Mut, Experimentierfreudigkeit und vor allem viel Vergnügen. Schau es als Experiment an, auch wenn es schwierig ist. Schau es als Ausprobieren an. Es passiert nicht der Super-GAU, sondern es passiert der nächste Schritt. Viel Vergnügen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.